Das Problem am CQP-Output ist ein bisschen, dass die Informationen in jeder Zeile einer Konkordanz einfach hintereinander wegstehen, ohne sinnvoll voneinander getrennt zu sein. Besser wäre es, wenn die Informationen, also vor allem die Metainformationen wie Korpusposition, Text-ID, Genre oder auch der linguistische Inhalt in Spalten angeordnet wären. Ein guter Spaltentrenner ist der Tab und um diesen an den gewünschten Stellen einzufügen, habe ich ein Skript geschrieben, das genau das für uns macht. Als sie die Einstellung für CQP gesetzt haben, wurden auch ein paar Skripte in ihren Serverraum importiert. Die sieht man als all die Dateien, die mit cwb anfangen und auf .pl enden. Das einfachste Skript ist cwbclean.pl und das räumt die Konkordanzen auf. Die Skripte sind in Perl geschrieben und um sie auszuführen, geben wir ein Perl, um das Perl-Programm aufzurufen. Und Perl nimmt als erstes Argument den Namen eines Skriptes, in diesem Fall cwbclean.pl und als zweites Argument den Namen der Datei, die aufgeräumt werden soll, nämlich fantastic.txt. Drücken wir jetzt Enter, wird der Output des Perl-Befehls am Bildschirm ausgegeben. Wir sehen, das sieht jetzt aufgeräumter aus, weil Spalten vorhanden sind. Wir sehen aber auch, dass wir damit natürlich nicht weiterarbeiten können, wenn der Output auf dem Bildschirm ist. Also auch hier leiten wir den Output des Befehls einfach in eine neue Datei um, rufen den Befehl neu auf und fügen einen Umleitungsoperator hinzu und einen neuen Dateinamen. Hier nennen wir den mal clean und dann sehen wir mit ls-l, dass wir jetzt auch diese Datei angelegt haben. Hier ist wichtig, dass die Output-Datei einen anderen Namen haben muss, als die Datei, die vor dem Umleitungsoperator steht. Und anders als beim Export aus dem CQP-Raum stehen hier auch keine Anführungszeichen um die Dateinamen. Jetzt haben wir die Datei technisch aufgeräumt und um sie linguistisch weiterzuverarbeiten, also zu annotieren, müssen wir sie runterladen und das machen wir im übernächsten Clip. Und das ist wichtig, dass wir die Dateinamen. Und das ist wichtig, dass wir die Dateinamen.